So, 25.000. Test, dass es vielleicht endlich funktioniert. Gut, okay. Es gibt drei verschiedene Fördermöglichkeiten für ALG2-Empfänger, wenn sie selbstständig werden wollen. Und die möchte ich euch gerne im Überblick und im Inhalt vorstellen. Okay, erster, und ich muss manchmal auf meinen Laptop gucken und manchmal habe ich hier, ich habe hier drüben so noch ein paar Zettel, wo die Inhalte draufstehen. Ja, deswegen gucke ich manchmal so nach drüben und gucke mich euch an. Gut, okay. Also, erste Möglichkeit ist, das Jobcenter vergibt manchmal Schnupperkurse. Also, wenn ihr das Gefühl habt, vielleicht könntet ihr selbstständig werden, dann vergibt das Jobcenter, ich nenne das Schnupperkurse, die nennen das irgendwie anders. Da geht es darum, welche Voraussetzungen braucht ein Selbstständiger und welche rechtlichen und steuerlichen Grundlagen muss man wissen. Ich finde diesen Schnupperkurs sehr interessant und ich lese euch mal aus dem Inhalt vor. So, also, Überblick über die regionalen Geschehnisse, Anforderungen, also persönliche Anforderungen an dich, die du haben musst, wenn du erfolgreich selbstständig sein willst. Chancen und Risiken der Selbstständigkeit, soziale Absicherung bei Selbstständigkeit, also Arbeitslosenversicherung, Berufs- und Fähigkeitsversicherung und so weiter. Finanzierungsfragen, Gründungsformalitäten, also Gewerbeordnung, wo musst du dich anmelden und bei wem musst du dich da melden. Dann, welche Rechtsformen gibt es, Vertrags- und Arbeitsrecht, die Bedeutung des Businessplans, sehr wichtig. Natürlich kann man in der Woche keinen Businessplan machen, ich empfehle es aber jedem, weil du musst da in dem Businessplan dir Gedanken machen über Sachen, die dir dann später sowieso auf die Füße fallen. Wenn du schon selbstständig bist, dann musst du auf jeden Fall dich über diesen Inhalt informieren und Gedanken machen. Okay, weitere Stritte in die Selbstständigkeit, welche öffentlichen Institutionen gibt es, wo kann man sich da hinwenden. Markteintrittsstrategie, sehr interessant, wer ist deine Zielgruppe, wo kannst du deine Produkte vertreiben, Wettbewerbsanalyse, wer sind deine Konkurrenten, Auswahl geeigneter Preisstrategien, auch gut, und Absatzplanung, ein Teil des Businessplans sozusagen. Wo kann man Werbung machen, wie macht man Marketing, Kundenakquise, auch ein großer Teil, also viele haben tolle Ideen, möchten aber nicht verkaufen, ja, ohne Verkaufen geht es nicht. Alles, was du um dich drum herum siehst, dafür gibt es Verkäufer. Man muss das ja nicht unangenehm machen, man muss ja keinem auf den Geist gehen damit, aber verkaufen musst du lernen, ja. Dann ein Punkt, der noch dazu gehört, das sind Steuern und Versicherungen. Sehr interessant, Versicherung braucht kein Mensch, außer es tritt ein Versicherungsfall ein, haha. Ja, aber was ich daran interessant finde, ist der steuerliche Aspekt. Wenn du in Deutschland keine Ahnung hast von Steuern, dann bist du tot, ja. Man kann mit Steuern sehr gut arbeiten, wenn man Ahnung hat davon, es ist überhaupt kein Hexenwerk, aber man muss wissen, wie es funktioniert. Okay, hier gibt es noch einen Punkt, der heißt Kostenrechnung, also wie planst du deine Preise, und Buchhaltung, auch so ein Hexenwerk, was keiner genau weiß und durchblickt, ja. Also Buchhaltung ist überhaupt nicht schwer, besonders wenn du noch klein anfängst, und ich mache das in meinen Existenzgründerkursen immer, dass wir mal zwei Tage lang richtig in echt Buchhaltung durchgehen, Kassenbuch, wie macht man das alles, Einnahmeüberschussrechnung und so weiter, ja. Total einfach, wenn man weiß, wie es geht. Also ein interessanter Punkt, ja. Und dann nochmal so ein paar Software-Tools, wo kann man sich hinwenden als Existenzgründer im Internet, gibt es ja wirklich massenhaft Informationen, manchmal so viele, dass man schon gar nicht mehr durchsieht. Gut, das war der Punkt 1, ja. Jetzt kommen wir zu Punkt 2. So, du hast vielleicht schon gegründet, auch ohne das Jobcenter. Du kriegst einen Eingliederungszuschuss. Und zwar muss man wie immer alles vorher beantragen und nicht danach, ja. Okay, der Eingliederungszuschuss besteht eigentlich aus deinem ALG II und davon werden die Einnahmen abgezogen. Ja, ich weiß, da kriegen manche so Angst, wenn sie sagen, okay, da muss ich ja immer mehr und mehr arbeiten und wenn ich dann irgendwann mal mich selbst ernähren kann, oh weia, dann fallen ja die Zuschüsse weg. Ja klar, das ist ja der Sinn. Und das SGB Sozialgesetzbuch sagt ja auch, fordern und fördern. Und diese Teile hier, die sind aus dem Bereich fördern. Sicher kann man sagen, das ist alles unangenehm und die wollen mich ja nur rausschmeißen aus der Arbeitslosigkeit. Aber hallo, in anderen Ländern gibt es sowas überhaupt nicht, ja. Geht doch mal nach Amerika und macht euch selbstständig. Denkst du, da gibt es irgendjemand, der dir Geld gibt und vielleicht auch noch Informationen, wie das alles funktioniert. Nein, das musst du dir da alles selbst erarbeiten. Okay, ich wollte ja nur mal sagen, sicher, es läuft noch nicht alles. Optimal, aber ich muss sagen, das Jobcenter macht schon ganz gut seinen Job inzwischen, ja. Und dann hätten wir hier unten noch, nach der Gründung, und am besten, wenn du schon den Eingliederungszuschuss beantragst, gibt es eine Zulage für Marketingmaßnahmen. Ich weiß nicht genau, wie dieser Antrag heißt, tut mir leid, aber ihr könnt für Marketingmaßnahmen zum Beispiel die Internetseite erstellen lassen, wenn du davon keine Ahnung hast, gibt es eine Zulage. Ich habe sowas von 1.000 bis 1.500 Euro gehört. Wenn du das gut begründest, dann kannst du das bekommen. Natürlich ist das alles wieder wie immer kein Muss, sondern freiwillig, ja. Also es ist eine Zulage, die du bekommen kannst, eine Kann-Zulage, wie die das immer so sagen, ne. Okay, und jetzt kommen wir mal zum interessanten Punkt, wenn du schon selbstständig bist und noch ALG 2, also Wohngeld oder irgendwas dazu bekommst, dann gibt es inzwischen einen dreistufigen Coaching-Plan, einen Unternehmer-Coaching-Plan vom Jobcenter. Frag mal deinen Berater. Vielleicht kriegst du den und vielleicht ist es interessant für dich. Und deswegen stelle ich dir den jetzt auch nochmal schnell vor, ja. Im ersten Teil, also der besteht aus drei Stufen, drei Stufen, so. Erster Teil, zehn Stunden innerhalb von zwei Monaten. Da kommt ein Unternehmensberater und ihr macht eine Bestandsaufnahme und Analyse. Also wo stehst du jetzt? Was hast du bis jetzt gemacht? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Wo müsste man dich noch besser unterstützen? Also zehn Stunden gehen schnell vorbei, nutzt das, weil Unternehmensberater kosten normalerweise sehr viel Geld, die Stunde 80, 100 Euro, gar kein Ding. Und dann muss ich noch dazu sagen, die Unternehmensberater, die werden von dem Bildungsträger ausgesucht, also andersrum. Also das Jobcenter sagt zu einem Bildungsträger, bitte macht diese, organisiert diese Coachings, ja. Und der Bildungsträger, ihr werdet dann vom Jobcenter dahin geschickt, der Bildungsträger sucht dann Unternehmensberater. Und diese Unternehmensberater haben ganz bestimmte Voraussetzungen, sonst dürfen die das gar nicht machen. Also erstens brauchen die einen pädagogischen Nachweis, einen pädagogischen Abschluss. Die brauchen ein betriebswirtschaftliches Studium und einen Hintergrund und Erfahrungen. Das heißt, selbstständig sind sie sowieso. Das muss ich noch dazu sagen, die sind nicht beim Arbeitsamt angestellt, also unabhängig vom Arbeitsamt. Und die müssen auch beim Arbeitsamt nicht Speicheln lecken. Allerdings müssen sie bei diesem Kurs hier durchaus nachweisen, was sie da mit euch besprochen haben und ob es da eine Chance gibt, die in anderen beiden Module noch weiter zu finanzieren, ja. Manchmal muss man auch sagen, okay, das hat gar keinen Sinn, ihr müsst es sowieso unterschreiben, was der da reinschreibt, ja. Also ihr seht das immer alles, was der Unternehmensberater ans Jobcenter meldet, schriftlich. Gut, also es sind keine Lehrer, die irgendwie vom Jobcenter angestellt sind, sondern tatsächlich echte Unternehmensberater. Gut, also wir hatten gerade Modul 1, hier Analyse, wie steht es um dein Unternehmen. Zweites Modul, auch sehr interessant, geht 30 Stunden lang innerhalb von drei Monaten. Ihr müsst dann richtig zusammenarbeiten. Und da geht es um die Unternehmensoptimierung. Gibt es noch Möglichkeiten, irgendwas besser zu machen? Wird an irgendwelchen Stellen Geld rausgeschmissen? Wo kommen noch mehr neue Kunden her? Hast du dich vielleicht nicht richtig fokussiert oder nicht richtig positioniert im Markt? Das sind alles so Fragen, die bei der Unternehmensoptimierung zum Tragen kommen. Oftmals fehlen auch Informationen, also einfach Wirtschaftsinformationen, die der Gründer nicht hat, ja. Die kommen meistens so aus dem Bereich Betriebswirtschaftslehre. Ich meine, ein Gründer muss ja nicht extra BWL studieren, um selbstständig zu sein. Und sowas weiß dann eben der Unternehmensberater und gibt dir Tipps. Vielleicht hast du auch deinen Stundensatz falsch kalkuliert, wie auch immer, ja. Okay, dann kommt das Modul 3 und das ist Neuausrichtung der Selbstständigkeit. Manchmal muss man leider sagen, okay, der Businessplan ist zwar ein Plan, ein Blick in die Glaskugel, aber es läuft auch irgendwie ganz anders. Oder es kommen ganz andere Kunden, auf die ich gar nicht so richtig eingestellt bin, wo meine ganze Absatzpolitik überhaupt nicht stimmt. Und das macht das Modul 3. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es geht nur 10 Stunden. Ich muss aber auch sagen, es gibt einige Gründer, die zwar gegründet haben, noch all G2 bekommen und parallel dazu sich aber noch einen festen Job suchen. Also die sagen, okay, ich will nicht mehr all G2 bekommen. Ich möchte gerne irgendwo Teilzeit arbeiten, aber trotzdem noch zuständig, parallel dazu selbstständig sein. Und im Modul 2 und 3, also im Modul 2 wird das schon herausgearbeitet manchmal. Da kommt das schon selber bei dem Coachee. Und im Modul 3 kann man sowas aber auch nochmal begucken. Wie sieht das überhaupt aus? Was muss man da beim Finanzamt beachten und so weiter? So, wenn euch der Unternehmensberater nicht gefällt, die Chemie irgendwie nicht stimmt, dann könnt ihr auch den Bildungsträger fragen, ob die vielleicht noch einen zweiten oder dritten im Petto haben. Die können manchmal auf einen Pool von Unternehmensberatern zurückgreifen. Ja, ich habe auch manchmal Coachees, die wollen nur mit Männern arbeiten. Es gibt welche, die wollen nur mit Frauen arbeiten. Müsst ihr mal gucken. Also ihr seid nicht an diesen Unternehmensberater gebunden, aber nutzt die Chance. Der hat unheimlich viel Erfahrung. Alles, ihr müsst nicht das Rad neu erfinden. Ja, okay. Also das waren meine drei Tipps für die ALG2-Empfänger. Was könnt ihr nutzen? Achso, nochmal dazu. Also all diese wunderbaren Sachen wie Eingliederungshilfe oder Zulage zur Existenzgründung, also Marketingplan. Ja, das sind alles Sachen, die kriegt ihr unversteuert. Ja, das sind sozusagen Einnahmen, worauf ihr keine Einkommenssteuer bezahlen müsst. Also versucht alles abzugreifen oder zu bekommen, was ihr kriegen könnt. Fragt euren Berater. Ich weiß nicht, ob alle Berater das wissen, aber die Möglichkeiten sind da. Nutzt sie. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch, abonniert die Glocke, also so, dass es ein Klingelzeichen gibt. Weil ich habe noch viele andere Tipps, die ich euch geben möchte, wenn ihr selbstständig seid. Oder wenn ihr vielleicht euch für Geldanlagen interessiert. Kann ja schon sein, dass so nach und nach schon Geld fließt. Also abonniert meinen Kanal. Ich melde mich immer wieder. Bis bald. Bleibt mutig. 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 Bleibt. Vielen Dank.